Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Dust. Wir sind jetzt da angekommen, wo wir aufgespüßt werden von unserer Umgebung. Und... Das fängt schon mal super geil wieder an. Was soll man mehr dazu sagen? Wow, wir sind jetzt irgendwie durchgekommen. Wow. Aber wir werden sowieso gleich wieder aufgespüßt, also scheißegal, wo wir durchkommen. Wir kommen eh nicht ans andere Ende des Spiels. Na klar, und hier sind auch noch Gegner. Ach du Scheiße, ist das behindert hier. Ich glaube, wir werden 15 Folgen versuchen, hier durchzukommen. Ach du Scheiße, ist das behindert. Vor allem, die Dinger kann man ja nicht mal kaputt machen. Das ist das Schlimmste. Wenn man die Dinger kaputt machen könnte. Easy peasy. Oder wenn es einfach logisch wäre. Da sind 10 Eiszapfen, da können maximal 10 Eiszapfen runterfallen. Nein, es fliegen 150 runter. So eine Scheiße wieder. Dann sind da auch noch... Dann sind da jetzt auch noch Gegner. Na klar. Und der trifft mich auch noch. Na klar. Was auch sonst. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Alter, ich muss kurz chillen. Komm schon. Alter, da spiel ich so einen Troll. Alter, ich sterbe hier sowieso. Nein, ich muss die Tür... Scheiße. Nein, ich sterbe. Boah, ich hab fast geschraubt. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Neeeeee, fuh, fuck! Ich bin kurz dran zu schweigen... Scheiße! Rrrrrr Aaaaaaaaaah Dun- Yeah, wir sind durchgekommen Ohne ein Leben zu verlieren Good job The luck is on our side Good job Wee, wir sind so Ja, und meine Gegner Wären natürlich nicht von dieser Scheiße getroffen Nothing new Nichts Neues Na Äh, Secret oder was? Äh, wie Boss hab ich das gemacht? Was hab ich bekommen? Ah, ich hab dieses Scheißteil gefunden Für diesen, für den Schiggi-Spaß Wie komm ich hier hoch? Uuuuh Portu Kühler Kühler nennt sich das Teil Tolle Karte Mit meinen 45 Leben Tolle Karte Ich muss das jetzt so machen Ich muss das so safe wie möglich hier machen AAAAAAAAAAAAAAAA D Justice Das war's für heute. 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 Und Leute. Ja, die bräunt, für die wahrscheinlich ein nur neun Hits. Inwie이고, wenn die das wir nicht さ still wollen können, wenn die das richtig isen. hinter mich springen würde. Wer würde denn? Boah, dann könnte ich die echt taken, Alter. Das meine ich, Alter. Dann kriege ich einen heißen Kakao. Das ist geil, Alter. Da habe ich vorher keinen bekommen. Da springt der nach links anstatt nach rechts zu springen. Du Scheiße, Alter. 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 Stirb. So, jetzt hier ihr hochkommen. Alle. Alle am besten. Alle. 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 Alter Dup dafür Ja die sterben ja schon Wie viele das sind Wo kommen die alle her? Oh nein 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 ich will nicht sterben Bitte nicht Die verkackten Nutscher Schwester man muss das bestimmt so schmuck wie an der Kante Geht gar nicht anders Viel zu viel und man muss da unglaublich viel Leben haben Unglaublich viele Items Alter ich bin fast wieder runtergefangen Ich bin gestorben So ein Bastard Komm schon wievier sinds noch Okay Noch ein Typ Okay Okay cool Dann sagen wir erstmal Erstmal sagen wir Sagen wir irgendwas Sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen Ja wir sagen erstmal vielen Dank fürs Zuschauen Weil Alter ich hab immer noch diese Scheiße mit viel Verteidigung Ich brauch was härteres man Ich brauch jetzt irgendwie Wenn ich das nicht bauen kann Dann muss ich das bauen Das kann ich auch nicht bauen Das kann ich auch nicht bauen Wo muss ich das bauen Das kann ich bauen Das baue ich jetzt Das bauen wir jetzt noch Wieviel brauchen wir da von zwei ne Oh Alter Nicht das Das ne 25 Verteidigung Viel Glück Immer noch mehr als Das Andere Scheiße da Als das Scheißteil So Was brauchen wir dafür Zwei Isen Und Drei davon Boja Soll ich das gerne herstellen Boom Ziehen wir das an Alter Und in der nächsten Folge Rasieren wir das Vielen Dank fürs Zuschauen Meine übergeilen Pelikaner Haut rein